Der raus zu Bolla und dann läuft Arrigoni durch, bekommt den Ball wieder, sieht Senn und schon steht es 0 zu 1. Kali Senn schlägt also erneut zu, sechstes Tor in dieser Saison, die Hälfte davon hat er nun gegen die Ostschweizer erzielt. Und dann darf Bolla erneut flanken und nun Bühne frei, Kali Senn, willkommen im Fussballwunderland. Die Sankt Galler stehen ehrfürchtig spalier, um Senn hier um Himmels Willen nicht bei seinem Kunstwerk zu stören. Was für ein Hammertor des Senegalesen, der Kandidat für das Tor des Jahres. Und Senn so natürlich erst recht und endgültig das Schreckgespenst für die gesamte Ostschweiz. Sankt Gallen 0, Senn 2, schon Gäste mit dem eingewechselten Legnani. Und in der Mitte sprintet erneut Kali Senn, los, 1. Super League Hattrick. Nur haben die Unparteiischen auf Abseits entschieden, doch das wird vom VAR korrigiert. Legnani oben im Bild, nicht im Abseits. In der Folge ist ohnehin alles korrekt. Also doch der 1. Hattrick Senn in der Saison. Rettour auf der Rue der Vigtoires. Und du bist du mit dem Partei? Ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Das hat zwei Werte für die Vigtoires nicht gemacht. Es war nicht so sehr, 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 sehr. Aber wir haben die Chance, dass wir ein Räumen sehr, 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 sehr am Anfang des Spiels. Und wir haben uns sehr glücklich gemacht. 3 buten für dich heute? Ist das der Werte perfekt für dich? Ja, das ist die erste Mal, dass ich mich in der Karriere bin. und ich hoffe, dass viele andere weitergehen werden. Ich bin sehr glücklich, aber wie ich immer sage, es ist der Collektiv, der mich sehr hilft. Danke, Kaby.